Halt! Gewehr abnehmen! Eingefreiter und fünf Mann vom Gardefusilierregiment auf dem Weg von der Schwimmschulware Plötzensee zur Kaserne! Reigeber, brav! Rühle euch! Abteilung! Halt! Gewehr ab! Brecht euch! Auren geradeaus! Daurens! Links! Grenadierker Ludrich Kate mit vier Mann vom vierten Gardefusilierregiment zu Fuß von Schießplatzwache auf dem Wege zur Kaserne zurück! Achtung, alle mal hierhören! Sie marschieren nicht in der Kaserne, sondern folgen mir zu einer besonderen Dienstleistung auf allerhöchsten Befehl! Gefreit, dass wir übernehmen das Kommando! Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße und fahren nach Köpenick! Los! Wir marschieren zum Bahnhof Putlitzstraße und fahren nach Köpenick! Los!